Moin moin und dann sind wir wieder zurück Dem ich mich von der Beule mit dem Zaunfall erfolgt habe Oh, der kann schon Aua machen, dieser Ulle Also nur 122% Habt ihr auch was gemacht? Was? Keine Ahnung, ich mach doch nix 128 Ich chill hier nur rum Verdammt Bin wieder auf den Wald Okay, für den Speer haben wir noch ganze 30 Sekunden, gerade so Ey, wenn unsere Truppen so schlecht sind, da fragt man sich, wie haben wir das überhaupt eingenommen? Ich meine jetzt nicht die anderen Spieler, sondern die Legionstruppen Ja, die machen irgendwie gar nichts Ne Stehen nur so rum Eine Minute noch, dann hauen sie ab Eine Minute noch, dann hauen sie ab Oh 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 Die kommen wir mit Fallschirmen runter So Oh So Da sind sie weg Tja Asuka So Bomber Keine Ruhe Ah Ah Ich komm auch hier hoch ohne Warum treffe ich den nicht Warum treffe ich den nicht? Ich weiß So nicht Ui Erschlackt Mücken Ja, habe ich auch grad gekriegt Echt? Echt? Den treffe ich wieder nicht hier Ja Okay Jetzt Zum Teil schon komisch Ja Zum Teil schon komisch Ja Und treffe ich auch nicht Was? Es Genau Es lässt sich auch so schlecht von hier oben zielen Okay Zeit, echten Schaden anzurichten. Erfrischend. Nur eine weitere Bestätigung, wie großartig ich bin. Yeah, geschafft. Mücken. Ja, Minen. Wo ist der Conny gerade? Der ist oben im Bleifussdorf. Wird das gerade angegriffen? Das würde mich ja interessieren. Ja, wollen wir da hin? Nee, ich spring mal drüber ab. Können wir immer noch weg. Ja, es wird gerade angegriffen, Bleifussdorf. Das hat dann Priorität vor den Minen. Es könnte ja sein, dass das mal klappt. Vielleicht erlebe ich das noch auf meine alten Tage. Ja, aber wir hatten den doch schon mal. Ja. Hat er auch geschafft, meine ich. Also, ich bin mir da echt sicher. Auch wenn ich es selber... Das weiß ich auch nicht, aber... Ich habe schon den Zustand erlebt, dass es geschafft wurde, aber da habe ich dann diesen Angriff hier nicht mitgekriegt. Vielleicht ist das der Grund, ich war nicht dabei. Vollpfeffer. Possible. Hehehe. 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 So, hier haben wir die solle Ische. Höhe, gardener Spiegelbilder! Sechs Minuten... Ja... Ja... Es ist eine relativ gute Zeit, wenn sie jetzt schon hier ist. So, jetzt hat sie sich wieder geteilt. Au! Zeit, echten Schaffen anzurichten. Ich bin mir echt nicht sicher, ob man alles erstmal Kopien sind oder ob man schon vorher die richtige finden kann. Okay, wieder aufgeteilt. Müssen ihre Spiegelbilder erst weg, bevor ihr Schutz weg ist oder nee, das kann nicht sein. Okay, wie es aussieht, kann man aber vorher schon die richtige finden. Blöde ist ja nur, dass der Fokus immer weg geht, ne? Und der Special Action Key, der geht auch nicht bei ihr. 158. Auf dem Häuschen. Ja. 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 Zwei 42. da war es oder? down? na jetzt müssen wir noch den punkt halten das kommt dann ja auch noch also ich glaube down haben wir da auch noch bekommen aber den punkt halten das hat nicht mehr geklappt oder so das dann auch noch ist das reicht dem spielern nicht zu sagen wie ihr habt den nervigsten gegner das war beeindruckend so haben wir haben wir ja ja sehr schön ich bin so stolz auf uns jetzt ist der arm gerettet hier irgendwas drin das wäre es jetzt gewesen keine truhe bitte zum gegner passen haben wir jetzt alles? ne jetzt kommen wir wahrscheinlich wieder verteidigung und ja eine fehlt tatsächlich genau und dann die endkarte hier die wolfskreuzung genau und da muss man irgendwelche champs noch machen und danach ist wie so ein champrun wie in der wüste wo du dann von der anderen seite rennt auch einer los wenn die von beiden seiten los ja gott sterben die schön oh überfall oh 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 vielleicht war ich ja die ganze zeit die illusion Oh, was ist das? Na ja, immer Warnert-Bolt. Ich warte kaum. Ah, hier kommen sie. Ich bin rüber geflogen. Wo warst du beim Leuchtturm? Nee, ich hab hier... Du warst nicht sticky, alter. Was war ich? Nicht sticky. Ah, ich weiß. Ich hab die Map ein bisschen erkundet. Ja, ja. Etwas die Aussicht genossen. So, mit dem Charakter hast du noch nicht genossen. Ja, genau. Ist das nicht immer der Charme, mit dem du mit deiner Tochter die willst? Willst du da nicht hin? Nö, das sprich alles. Nö, das sprich alles. Immer was ich brauche. Ich hab ein Ehle. Ja, ich mein ehlas ist schon ewig. Ja. Na, ich hab ihn gefeiert. Ja, okay. Ja, ich hab ihn nicht gefeiert. Ja. Ja. Gibt es hier einen Timer, wann was ist so, wann das losgeht oder es ist. Keine Ahnung, ah jetzt läuft es ein Stückchen weiter. Oh, den schlimmsten Gegner besiegt, die Hirschkuh. Wenn du davon 100 besiegst, hast du auch einen Erfolg. Ich hoffe, mit Beherrschungspunkt. Ja, Plachtermeister oder was? Ja, so in der Art. Der Char-Panther, Alter, was ist denn los? Sondermission tötet die Herde. Das sind 100 feindselige Wildtiere. Habe ich 79 von 100. Wobei man sie ja selbst erst feindselig macht, ne? Ja. Auch hier haben wir wieder diese Stahlschussesche. Das ist ja... So, es gibt anscheinend einen Boss-Panzer. Dem haben wir mal wieder nichts. Special-Action-Key. Oh. Dieses Portal hätte ich nicht nutzen sollen. Wo bringt es sich hin? Hier hinten zum Berg. Das war beeindruckend. Aktiviere Herzlichstrahlern. Ist ein echtes Haller. Au. Jetzt wird er abgeholt Jetzt brauchen wir, glaube ich, das Portal, oder? Würde das Sinn machen Ich weiß nicht Ach, da oben ist die Ische, diese Wisch-Wisch-Wasch Au Au Ich finde das schön, wenn der Panzer dann auf einem rumtänzelt Okay, schauen wir mal, dass wir hier die Puschi ein bisschen klein kriegen Na, wahrscheinlich nur weg Ah, wechselt immer wieder zwischen Panzer und Damn it Oh Schon wieder abgeholt So, wo bin ich, da Der Panzer, der bombardiert von oben Wo weg war Jetzt, Damage-Hase Und nein, nein, nein Nein Ich habe runtergeschubst und so, ey, what the fuck Ja, immerhin runtergeschubst Ich habe mich selbst runtergeschmissen Wo, 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 wo Wo, 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 wo? Und da Und dann Ich habe mich schon Ich bruisi Auuu Ouuuut Spiegel ein Spiegel aus dem Sand Nehmen wir wieder Sechs Fünf Ich fühl mich gut Aufhör runter Jetzt geht er wieder hoch Wohin Wie die Zecken, wie sich alle da drauf werfen Vier Drei Zwei Eins Zwei Zwei So Jetzt sind hier ganz viele tot Und so viele Spieler beleben wieder So Jetzt hängt Vision Die Kabinen drohen an So, wer ist denn jetzt der letzte Achso Jetzt müssen wir diesen Cop da Äh, wo ist er denn? Da Ich find's schön, wie er die Spiele mitnehmen Ja Ja Hat irgendwo an Niesenwaldküste geheimes Lage errichtet Okay Wir machen jetzt mal einen kurzen Cut Und sind sofort wieder da Bis denn Ciao, ciao Ciao, ciao Ciao Ciao